Du arbeitest mit Sam? Der Kerl ist echt hardcore. Okay, machen wir es. Der neue Rekrut hält sich für was Besonderes, weil Hoyt mit ihm geredet hat. Hoyt redet mit einer Menge Typen, Rekrut. Er hat auch mit Vars geredet. Wo ist Vars jetzt? Hey, Hoyt heuert jetzt hübsche Jungs an. Schön den Arsch zusammenkneifen. Ich bin der König! Wo hat Hoyt das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey, hat denn das nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Ja, sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Wirft sie in den Wagen! Hier lang. Wie wird das enden? Du tust es. Und Hoyt vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist ne Kamera. Hier ist der Gefangene. Mir das Verhör. Fuck! Riley! Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name! Riley Brody! Ach, mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt ihr, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung. Ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Schleife. Für 38 Sekunden. Riley. Jason? Du lebst. Verdammte Scheiße gehörst du zu denen? Nein! Nein, ich hol dich raus. Okay, okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier. Aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen. Jetzt. Nein! Wenn du das tust, dann erschießen doch gleich selbst. Wir sabotieren. Und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab. Riley rennt. Nein! Er wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Okay, hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. Neun Sekunden. Schlag schon zu. Oder heute weiß Bescheid. Was? Fünf Sekunden. Mann, tu es einfach. Ich kann nicht mehr. Aber versprich mir bitte, dass du mich holst. Okay. Was ist das mir geworden? Das reicht jetzt. Lass ihn. Du bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey! Toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal. Ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam? Du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach, wann. Ich habe Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Poker-Abend! Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und springen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Triff mich am Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du wirst durch den Bunker müssen C4 an den Stütz streben ist die einzige Lösung Danach wirst du Hilfe brauchen Das Tanklager kann warten Ich komme dich abholen Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Das ist bestimmt das Sperrgebiet Es ist sicher verboten hier zu sein, also wird mir die Sony-V noch nicht helfen Ich bin nassgeschwitzt Vom nächsten Sollt schicke ich was nach Hause Hören Sie das Stahl Sprengstoff wird's schon richten Warum muss ich hier so eine Lachdine fern? Gott verdammt, der Hitze Ich hasse diese Insel Hm? Huh? Oh, man. Oh, man. Schütz den Bunker! Schütz den Bunker! Schütz den Bunker! Schütz den Bunker! Oh je, der ist bei meiner Stellung neu formiert! Komm, Ablasser! Schütz den Bunker! Hältst du dir, wenn ich dich stehe? Schütz den Bunker! 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 Halt den Römer! Halt den Römer! Halt den Römer! Diese Türen sind aus Stahl! Der Dringstoff wird's schon richten! Halt den Römer! Halt den Römer! Zurück! Der gehört mir! Zurück! Ja! Du gehörst mir! Er hat dich unbevollen! Du gehörst mir! Halt den Römer! Nein, nein, nein! Hat dir jemand einen Römer? Du gehörst mir! Oh! 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 Ich glaube für mich! Los, die der Gops! Los, die der Gops! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ach, bitte! Ich geh! Passt auf mich aus! Der Scheißgärm ist ein ... Oh, hier ist das! Das hast du ... Und du? Du landest in den Unterbruch! Ach! Ach! Ha, 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 ha! Er ist hier! Zurück zur Püttel! Was zum Geier! Gibt es hier! Ah! Ah! Ha, ha, ha! Ah! 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 Die sind der Kasse! Ah! Ah! Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Scheiße, er ist hier, er ist hier! Zurück zur Schüssel! Scheißdreck! Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavalerie kommt, mein Freund. Der schützt für den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Das C4 ist gelegt. Lande! Feuer! Bei mir neu formiert! Das ist T4! Holt das von der Schüssel weg! Du gehörst mir! Oh! Ich werde dich mit uns verschütteln! So! Er hat Deckung gefunden! Hey, komm! Du meine quillige Scheiße! Baradun! Scheiße! Oh! 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 Er hat jetzt ohne Grund hier! Schenk mir das nicht mehr gut! Das ist vorbei, Freundchen! Das ist nicht so unterbrochen! Ich bin runter! Keine Zeit verschwenden! Steig ein! Du bist ein ganz verstandter Verräter! Blutfesten! Verräter! Ja! Oh! Oh! Ich bin ja die Zermester in Berlin! Also, ich kann nicht zum Flugfeld zurück mit ihr hier drin! Wird schon gut gehen. Triff mich am Tanklager. Da wird es wieder lustig. Na dann los. Eins, zwei, drei, spring! Spring! Jason, Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit heute? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Rakyat-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht. Wir sind jetzt deine Familie. Er ist mein Bruder. 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 Er ist mein Bruder.